Damit sind wir beim Sport. Caro, eins kann man sagen, Alba Berlin ist ziemlich im Stress, oder? Alles ziemlich eng getaktet bei den Albatrossen. Alles auch mit viel Reisestress verbunden. Alle 2-3 Tage haben die Basketballer in diesen Wochen ein Spiel. Heute tatsächlich ausnahmsweise mal zu Hause in Berlin. Bundesliga gegen Bamberg stand an. Zeit zum Ausruhen hat auch Union nicht. Schon am Dienstag steht das nächste Bundesligaspiel in Stuttgart an. Trotzdem darf der überraschende Punktgewinn mit dem 1-1 gegen die Bayern gestern Abend natürlich gefeiert werden. Vom Rasen in den Eiskanal. Bob-Pilotin Mariamma Yamanka soll nach dem heutigen Weltcup für die kommenden Rennen eigentlich für eine Konkurrentin Platz machen. In ihrem vorerst letzten Rennen lieferte die Berlinerin aber noch mal richtig ab. Am Freitag startet nach ewigem Hin und Her die deutsche Eishockey-Liga wieder. Zum Saisonstart haben wir mit Eisbär Marcel Nöbels über die vergangenen Monate gesprochen. Das ganze Interview finden Sie online, wenn Sie mögen. Und hier bei einem Dreikur noch mal mit dem Wetter. Ja, vom Wintersport könnte man sagen zum Winterwetter, aber ist nicht. Ist nicht? Nee, ist nicht. In der Nacht zieht vorübergehend erstmal starke Bewölkung. Und zwar durch. Ich kann noch.